Herzlich willkommen zum Adventskalender, heute zum 23. Dezember. Entscheidungstag, ja, etwas, was man vor sich hinschiebt. Links oder rechts, ja, nein, oben, unten, komplette Veränderung oder doch Ausharren. Mache den heutigen Tag ausschlaggebend für die beste Veränderung deines Lebens, für eine der besten Veränderungen deines Lebens. Heute ist der richtige Tag, dich zu entscheiden, für dich selbst, nicht aus dem Egoismus heraus, sondern in Liebe. Tue das, was dir gut tut. Feiere dich. Tanze, lache, singe. Das erhöht die Energiefrequenz. Die Engel wollen dich lachen hören. Sie wollen dich glücklich sehen. Entscheide dich für dich. Das ist die beste Entscheidung. Sei gesegnet.